Hallo, mein Name ist Malt und dein Name ist? Daniel. Genau, und wir sind die Bufdies im Jahr 2020, 2021 von der Jugendpflege Allgermissen. Und wir wollen euch jetzt mal ein bisschen mitnehmen, damit ihr ein bisschen unseren Alltag kennenlernt. Und falls ihr auch ein BFD machen wollt, so ungefähr wisst, was bei uns in der Gemeinde Allgermissen oder in der Jugendpflege Allgermissen so abgeht. Und jetzt geht's los. Das Killer. Alles gut? So, kommen wir zu unserer ersten Station im BFD-Video und zwar zu den Jugendräumen. Davon haben wir genau drei Stücke in Allgermissen. Einmal hier in Lünde, die Hängematte, die hinter uns ist. Dann einmal die Gänserampe in Allgermissen und in Großlob, Gekrohlo. In jedem Jugendraum gibt es verschiedene Angebote, zum Beispiel Kicker, Billiardtische, Playstation, Spiele, die die Kinder halt frei zur Verfügung haben. Darauf kommt, dass wir am Montag immer für die Kinder ein Angebot machen. Also zum Beispiel was Kreatives, sei es Backen oder sei es irgendwas Basteln oder ja, was die Kinder dann einfach mitmachen können als freiwilliges Projekt. Am Donnerstag haben die Kinder sozusagen Freeplay. Also wie ich schon sagte, sie können dann Kicker spielen und die ganzen Sachen nutzen oder draußen Fußball spielen oder keine Ahnung, was man so macht. Und hinzu kommt halt noch, dass wir verschiedene Öffnungszeiten, verschiedene Altersgruppen haben. Genau. Und jetzt geht's weiter. Okay, jetzt haben wir eine kleine Zwischenstation und zwar unseren Bus. Das ist unser, wie es schon sagt, unser Jugendpflegebus, mit dem wir in der ganzen Gemeinde unterwegs sind, wenn wir irgendwelche Aufgaben haben. Wenn wir zum Beispiel zu Jugendräumen fahren oder zum Hort in Lünde zum Beispiel. Genauso fahren wir mit dem Bus auf Julika-Fahrt oder kaufen Sachen bei Mios ein für die Jugendräume, zum Beispiel Snacks oder Getränke. Dieser Bus ist vielleicht schon ein bisschen älter und der hat auch schon ein bisschen was drunter. Aber er funktioniert trotzdem noch, auch wenn er manchmal so ein bisschen uns, wie sagt man, verunsichert. Verunsichert war das auch, auch wenn der Bus uns manchmal ein bisschen verunsichert, so was Starten und so angeht. Aber naja, ansonsten funktioniert er eigentlich noch prima und jetzt machen wir mit dem richtigen Video weiter. Das war nur so als kleine Zwischeninfo, damit man auch genau weiß, auf was man sich dann einlässt in der Gemeinde Allgermissen, wenn man einen BFD hier macht. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt besteht aus fünf Seminarwochen, aufgeteilt in vier Wochen auf dem EAT und eine Woche als Ausbildung als Julika. In den vier Wochen auf dem EAT lernt man Sozialkompetenz, interkulturelle Kompetenz und Kommunikation. In der einwöchigen Julika-Ausbildung lernt man das Jugendschutzgesetz, Sexualstrafrecht und die Aufsichtspflicht. Nach dieser einwöchigen Ausbildung zum Julika kann man Jugendräume allein eröffnen. Und jetzt kommen wir zum interkulturellen Café. So, jetzt kommen wir zur vierte Fassung, dem interkulturellen Café. Dies ist ein ehrenamtlich organisiertes Angebot, das jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr hier im Sofa stattfindet. Hier werden unterschiedliche Sachen für die geflüchteten Menschen der Gemeinde Allgermissen angeboten. Das geht von Deutschkursen, von Anfängern bis Fortgeschritten, von Behördengängen bis einfach Kontakte knüpfen oder halt auch Spiele zusammenspielen, bis halt allgemeine Unterstützung im sozialen Leben und halt auch darüber hinaus von Wohnungssuche, Jobsuche und allem, was dazu gehört. Jetzt geht's weiter zum Ort. Außerdem haben wir in der Gemeinde Allgermissen zwei Orte. Eine in Allgermissen und eine in Lünde. Dort werdet ihr donnerstags und freitags von 13 bis 16 Uhr arbeiten. Zu euren Aufgaben dort gehören Sachen wie Hausaufgabenbetreuung, Umgang mit Kindern oder halt auch Projekte mit den Kindern gestalten und planen und die dann halt auch auszuführen. Und jetzt geht's zum Büro. So, jetzt sind wir bei unserer letzten Station und zwar im Rathaus angekommen. Hier ist unser Büro von der Jugendpflege. Hier im Büro organisieren wir zum Beispiel die Programme für die Jugendräume. Also was machen wir am Montag immer? Also Backen, Kreatives und keine Ahnung was. Wir suchen uns Rezepte an den Rechnern raus oder schreiben uns auf, was wir dafür brauchen und gehen anschließend einkaufen dafür. Außerdem schreiben wir hier E-Mails für Veranstaltungen zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel den Kinder- und Jugendbeirat einladen. Oder wir laden die U-Likers ein für ein jährliches Treffen, was so angefallen ist oder was unsere neuen Projekte sind. Also hier im Büro machen wir, wie es halt so sich anhört, alle organisatorischen Sachen, die hier in der Gemeinde anfallen oder im Rathaus oder halt in der Jugendpflege. Oder wir designen mit Photoshop, was wir jetzt ganz neu haben, unsere Flyer für die Jugendräume. Genau, und das ist so unsere Aufgabe hier im Büro im Rathaus. Wenn ihr das Video gefallen habt und ihr jetzt Lust auf den Bundesfreiwilligendienst bei der Jugendpflege Allgermissen habt, findet ihr alle Infos in der Videobeschreibung oder informiert euch auf unserer Homepage www.jungpflegeallgermissen.de oder auf der Homepage von der Gemeinde Allgermissen www.jungpflegeallgermissen.de Punkt, bitte draus, macht's gut und auf, ciao. Ciao. Punkt, bitte draus, macht's gut und auf, ciao. Punkt, bitte draus, macht's gut und auf, ciao. Punkt, bitte draus, macht's gut und auf, ciao.